Hallo, hier ist der Julian von Ferkinghof International. Ich stelle euch heute eine Methode zum Reinigen von Kleinteilen oder Waffe zum Beispiel für den Heimgebrauch dar. Dieses Gerät verwenden wir hier in unserer Werkstatt und das hier ist eine günstige Variante für den Heimgebrauch. Hier seht ihr das Ultraschallgerät für den Heimgebrauch und die zu reinigenden Teile. Bevor wir loslegen, brauchen wir destilliertes Wasser und einen Universalreiniger zum Lösen von Ölen und Fetten. Beim Einlegen ist zu beachten, dass sich die Teile nicht berühren, weil ansonsten könnten Macken oder kleine Dellen entstehen. Wichtig ist auch das Sieb, weil die Teile sonst direkt auf dem Metall aufliegen. Warum ich euch ein Ultraschallreinigungsgerät vorstelle, ist es eine günstige und einfache Variante für daheim, Kleinteile zu reinigen und auch an Stellen zu reinigen, an die man mit einem Pinsel oder einer Reinigungsbürste schwierig drankommt. Hier kann man jetzt schon gut erkennen, dass sich der Dreck und die Öle lösen. Je nachdem könnt ihr die Teile auch mal rumdrehen, dass der Schmutz einfach abfallen kann. Bei brünierten Teilen und unbeschichteten Stahlteilen solltet ihr danach, wenn sie trocken gerieben sind, ein wenig Öl auftragen, um Flugrost zu vermeiden. Danke fürs Anschauen, ich hoffe ich konnte euch mit dem Video ein wenig weiterhelfen und bis zum nächsten Mal.